So, dann müsste ich jetzt wieder live sein. Man hört mich kaum bis gar nicht, okay? Aber ihr seht mich, alles klar. Ähm, so. Gut, dann, wie gesagt, wir fahren jetzt rüber zum Siki, der feiert heute Geburtstag. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Als würde ich aus dem achten, aus dem Balkon flüstern, okay. Warte mal. Ich habe halt leider, ähm, kein Headset da. Lass mich gerade mal gucken. Ja, shit. Äh, was haben wir hier? Ah! Moment. 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 Okay. So, wie ist denn das jetzt? Hört ihr mich besser? Sehr schön. Alles klar. Dann packe ich gerade das Headset hier mal irgendwie dran. Ein kleines bisschen staubig. Dann müsstet ihr mich jetzt hoffentlich besser verstehen. Der Timer läuft natürlich weiter, da wir ja weiter streamen. So, das Licht hier mache ich mal aus. Hier machen wir kurz Licht an, warum ist hier die Tür offen? Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Okay, beide Katzen da, sehr gut. Dann nehmen wir den Schlüssel. Das Kostüm hat keine Taschen. Das ist scheiße. Portemonnaie habe ich. So, noch eine Jacke einpacken, falls es kalt ist. Ich weiß halt nicht, wie der Stream laufen wird. Im mobilen Netz, aber schauen wir mal. Jetzt gehen wir erst mal runter. Kann sein, dass wir kurz weg sind in einem Teller. Jetzt wird es kurz dunkel. Ich habe die letzte Chatnachricht leider nicht gelesen. Was hattest du geschrieben? Ich habe es leider nicht gesehen. Es war gerade so der Übergang vom WLAN ins mobile Netz, deswegen. Ja, ja, ich weiß. Was tut man nicht alles, ne? Zum einen für den Chat, zum anderen für die Freunde. So, im Auto kann ich jetzt natürlich nicht so auf den Chat achten. Hättest du das hängen geblieben, jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich habe doch Angst im Dunkeln. So. Okay, das ist... Ja, gucken wir mal, wie es geht. Anschnallen nicht vergessen. Da steht irgendwie nur Natis Name, aber irgendwie keine Nachricht. Interessant. Egal. So. Ihr fahrt jetzt sechs Minuten mit mir Auto. Und dann sind wir bei Siki. Oh, ich muss Musik ausmachen. DMCA und so. Oh Gott, ey. Im Hasenkostüm zu Siki. Fahr vorsichtig, mach ich. Ich mach keinen Unfall. So, ich muss mich aber auf Fragen konzentrieren, ich kann jetzt nicht so Chat lesen. Also, ihr müsst mal, wenn irgendwelche Fragen kommen oder so, vielleicht versuchen, irgendwie zu antworten. Also, Detox. Ich habe gerade aufs Handy geswitcht, aus dem Grund, dass Siki heute Geburtstag feiert. Siki Jackson. Der hatte am fünften, ähm, der grillt heute, hatte mich eingeladen, beziehungsweise er hat halt gesagt, dass er irgendwann grillt, die Woche, und ich habe halt zugesagt. So, jetzt hat er mich heute angerufen, ja, er grillt heute und lädt mich ein. Oder gestern? Ne, gestern hat er mich angerufen. Da hab ich gesagt, ey, Alter, ich mach einen 24er, das weißt du doch. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, im Pen & Paper, wenn wir Pause machen, düse ich mal schnell rüber, sag Hallo, im Hasenkostüm, haha, äh, und switche dabei halt aufs Handy und stream dabei. Ähm, genau, so der Plan gewesen. Und das machen wir jetzt, wir düsen gerade schnell rüber zu Siki, ich hoffe, die Verbindung bleibt bestehen. Bis jetzt ist der Empfang noch gut, ich weiß nicht, wie es da ist, wo er wohnt. Ähm, das ist fünf Minuten Fahrt, also wir sind gleich da. Ähm. Ja. Dann sind wir kurz auf seinem, seiner Geburtstagsfeier, dann fahren wir wieder zurück und dann geht's weiter mit Pen & Paper. Pen & Paper machen wir gerade, äh, fünf Minuten Pause. Äh, fünf Minuten, äh, halbe Stunde Pause. Ähm, danach bin ich als, äh, NPC erst mal unterwegs, wenn ich noch nicht wieder da bin. Und, genau, wenn ich dann wieder da bin, dann, äh, spielen wir weit. Das ist jetzt natürlich doof, das ist ein bisschen ruhig. Ah, jetzt ist hier eine rote Ampel, da kann ich mal kurz in den Chat gucken. Ah, Mel hat doch gerade Probleme mit dem, mit der App. Beziehungsweise mit dem Stream. Beziehungsweise mit dem Stream. Ähm. Ist jetzt halt vom Bild auch ein bisschen scheiße. Ähm, ich müsste mal gucken, dass ich irgendwie meine Handyhalterung finde. Dann kann ich, wenn ich solche Streams vielleicht mal öfter mache. Ähm. Achte auf den Verkehr. Ja, ich stand gerade an der Ampel. Ähm. Dass ich dann das Handy in die Halterung hängen kann. Aber ich weiß gerade nicht, wo die Halterung ist. Ähm. Deswegen. Ich hoffe, ich bin soweit gut zu verstehen. Mit dem Headset. Besser als mit dem Handy. Äh. Ja. Mit dem Handy direkt. Lustig wird's, wenn ich jetzt angehalten werde. Das könnte sehr lustig werden. Was machen Sie da? Ähm. Warum sind Sie als Hase verkleidet? Ähm. Kennen Sie Twitch? Wissen Sie, was Subgoals sind? Ich bin der Osterhase. Ich verteile Eier. Lass mich. ezu Es. Wissen Sie das Bedeutung. – Ja, gut. – Jetzt kam nicht ein Zorn der Luft. Aber wenn mehrere zerstörteren, они oben in dieителей finden werden sollen. Schaust. Dorar. Der zieht durch. Ich habe ihn supportet mit Herz. Und was? 10 Satz? 40 Minuten länger. Geil. Total geil. Wer weiß, wie lange ich wach bin. Niko schickt. Der, der immer angeschrieben wird, beleidigt wird. Vielleicht ist es das herrliche Hip-Hop-Album, das hier geschrieben wurde. Gut, es ist gerade dunkel. Zu wild. Die Texte sind sehr hart. Auf jeden Fall. Joggen oder laufen? Oder willst du jetzt abfahren? Ja, ich wollte gleich abfahren wieder. Wie soll ich dir jetzt essen? Ja. Ja. Jetzt hat noch jemand da. Wer heißt der? Luzonik, Junge. Wie heißt du? Roni. Roni. Ach Roni. Wo wohnst du? Wallow. Ach Wallow. Ja, falsch. Tschüss. Ja, es geht gleich wieder. Alles klar. Danke. Jawoll, alle noch da. Ja. Ja, das ist der beste Mann. Ja, wo ist sie denn? Zuhause. Wo bist du denn? Endlich hört man euch. Warum ist Nadine schon beigekommen? Äh, die haben es nicht geschafft. Achso. Liebe an euch trotzdem. Hakan arbeitet noch. Achso. Trotzdem, danke. Aber darf ich sagen, Nadine? Nächste Woche? Der ist immer noch nicht da, Alter. Die sind aber nächste Woche mit dabei. Sehr gerne. Herzsch eingeladen bei mir. Wir grillen dann nochmal, aber Blue Sonic gibt diesmal. Ist ja dunkel. Ja, hier ist ja auch dunkel. Wir sind draußen. Hier, da ist Licht drin. Nee, alles gut. Da ist Licht in der Ecke. Komm, geh mal hin. Hier gibt's Licht. Das ist mein Bruder. Wir freuen uns. Das ist ein sehr guter Mensch. Wir bringen auch Grillgut mit. Alles klar. Hat ein sehr gutes Herz. Das übertreibt nicht. Ist so. Digga, jetzt mal Real Talk an dieser Stelle. Dieser Junge hat so ein gutes Herz. Wir wollen nicht über private Themen reden. Aber der Junge gibt mehr, als er bekommt. Der kriegt nur Schlechtes. Also lass ihm Liebe da. Wirklich. Schmeiß tot ernst. Ist nicht böse. Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Lass ihm wirklich Liebe da. Der hat so ein gutes Herz. Das ist Siki Jacksons Nikoschen. Der ist kamerageil. Aber an dieser Stelle. Liebe geht raus. Wirklich. Guter Mann. Blue. Wie viel Wodka ist schon drinnen, Siki? Nicht viel. Ich sag euch ehrlich. Ich habe heute vielleicht eine ganze Flasche getrunken. Das übertreibt nicht. Eine ganze. Ja. Wir haben eine 3 Liter weggehauen. Alter. Liebe geht raus. Wo wart ihr Heuchler? Ihr wart alleingeladen. Er kam. Ihr nicht. Das stimmt. Ach so. Gar nicht wahr. Übertreibt nicht alle. Alles gut. Alles gut. Lasst Support da. Siki Jacks. Siki Jacks. Die haben heute genug Support da gelassen. Ja, das stimmt. 85 Satz haben wir schon. Arbeit mit Zigeunern. Arbeit mit Zigeunern. Hey, was kann ich dafür? Sucht euch. Die klauen unsere Jobs. Ihr sagt die Leute. Guck nochmal Ronny. Was soll ich gucken? Die Hasenohren. Komm her. Ich zeig dir den richtigen Hasen. Ja. Ja. Siki Jacks. Blue Sonic. Siki Jacks. Ja. So siehts aus. Meine Mama packt die ein. Und das liebt. Liebe geht raus. Ja. Glaubt, die haben sich vermehrt, oder? Wer hat sich vermehrt? Ich weiß nicht, was du meinst. Was gibt's leckeres bei Siki? Grillzeug. Keine Ahnung. Irgendeine Schüssel mit irgendwas drin. Gucken wir mal hier. Was ist hier noch drin? Was sind das hier? Ich hab keine Ahnung. Irgendein Salat oder sowas. Brötchen. Und Alkohol. Jede Menge Alkohol. So, wir warten jetzt noch, bis das Essen zusammengepackt ist. Und dann machen wir uns auf dem Rückweg. Und dann gibt's weiter Pen & Paper. Und den 24er. Keine Ahnung. Kein Alk für dich, du musst fahren. Das ist richtig. Ich trinke im Moment sowieso keinen Alk. Wegen den Tabletten und allem. und mein Kreislauf kommt ein bisschen doof. Bleib ja nicht umsonst am Donnerstag im Krankenhaus. Ich habe dich schön eingepackt. Sag mal in die Kamera. Lass Liebe da. Lass Liebe da? Ja, geh rein. Lass Liebe da für Blue Sonne. Ja, ist das? Live. Blue Sonne. Ach du meine liebe Güte, hat sie gesagt. Danke, danke. Ich gebe dir schon mal kurz. Ja, ja. Alles klar. Danke, gell? Vielen Dank für das, was du bekommen hast. Grüße an Miss Jackson. Miss Jackson ist gerade nicht da. Und Grüße an Sigi und die Mama. Ich lass Liebe da. Sigi Jackson ist Nikochin. Alles klar. So, ich mache mich mal wieder. Wo ist er denn? Ich bin hier. Also, ich mache mich mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Wirklich. Danke fürs Essen. Kein Problem. Ich komme dir nächstes Mal wieder vorbei. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Also, wir haben geredet und geschrieben. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Grüße jetzt raus. Alles gut. Wir sehen uns. Danke. Tschau. Nichts Challenge. Sicherlich. Tschüss. Also, Leute. Da waren wir kurz bei Sigi. Jetzt geht es wieder heim. Ich hoffe, das Internet macht mit. Wenn es abbricht, tut es mir leid. Aber, wir kennen das ja alle. Internet ist Neuland. Und, ja. Aber lecker Essen gekriegt. Vielen Dank. An Sigi an der Stelle. Und, ja. Gucken wir mal. 5 Minuten, 10 Minuten brauchen wir jetzt heim. Hochlaufen. Beziehungsweise Aufzug fahren. Ich denke mal, da bin ich dann nochmal kurz weg. Und, dann sind wir wieder da. Bin ich noch live? Weiß gar nicht. Also, live wird mir angezeigt. Aber, vorhin wurde es mir auch angezeigt. Und ich war nicht live. Also, ihr müsst mir da ein bisschen Rückmeldung geben. Ja, bist noch da. Alles klar. Super. So. Zack, bumm. Rein in die gute Stube. Handy wieder da hinlegen. So. Ja, was tut man nicht für die Freunde, ne? Jetzt aber schnell wieder heim. Und dann geht's weiter. Also, Chat verfolge ich gerade nicht mehr so. Rein in die Möhre, genau. Kurz mal hier ausparken. Ab geht's. Ah, halt. Musik. Aus. Fui. Ich bleib auf deiner Spur. Spaß. Ups, schuldigung. Ich bleib auf. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020